Na alle zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich hinter für euch hier in Legion unterwegs. Und zwar wurde ich die letzten Tage öfter gefragt, wie man denn die Legion-Fraktion möglichst schnell auf die maximale Stufe bekommt, und zwar im Speziellen die auf Argus, denn die verbündeten Völker sind ja jetzt mittlerweile draußen und da benötigt man unter anderem ja den Ruf. Und da habe ich mir überlegt, da hier anscheinend viele diese Fragestellung haben, mache ich ein kleines Video dazu. Und zwar würde ich sagen, steigen wir gleich mal an. Also für die verbündeten Völker müsst ihr ja prinzipiell sowieso die Gebiete durchquesten. Das heißt, für die Armee des Lichts und die Void-Elfen müsst ihr quasi Argus einmal komplett durchgequestet haben. Das bringt euch schon mal einen gewissen Grundruf. Dann kann man natürlich immer empfehlen, die World-Quest zu machen, liegt nahe. Übrigens, ihr müsst oder ihr könnt jetzt alle World-Quest auf Argus machen, egal ob sie gefleckt sind als Argus-Vorstoß, wie wir zum Beispiel hier eine sehen, oder ob sie gefleckt sind als, Moment, gucken wir mal hier, Armee des Lichts Blizzard hat mit dem letzten Patch, das ein wenig geändert. Und zwar kann man jetzt beide machen und bekommt für beide Fraktionen Ruf. Also ihr bekommt dann sowohl für Armee des Lichts als auch für den Argus-Vorstoß Ruf. Heißt, ihr könnt beide World-Quest machen. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will nur die Void-Elfen spielen, die Lightforge Drainer interessieren mich quasi nicht. Also das rentiert sich. Dann im Speziellen für die beiden Fraktionen auf Argus gibt es zwei Weekly-Quests. Und zwar diese Weekly-Quests könnt ihr hier annehmen. Ich glaube, wenn dann bei Tyralion oder bei Leria. Auf jeden Fall hier oben in der Windika. Und zwar müsst ihr für eine drei normale Invasionsportale schließen. Das sind diese Dinger hier. Ist eine schnelle Sache. Vor allem meldet euch im Tool an, dann geht das relativ fix mit den Dingern. Und theoretisch kann man da auch AFK drinstehen, wenn man ganz ein Fauler ist. Rate ich natürlich strengstens von ab. Ist eh klar. Und ja, dann bekommt ihr nämlich 1000 Ruf für beide Fraktionen. Ist eine recht schicke Sache. Wurde nämlich auch erhöht. Habe ich aber schon mal in dem kleinen Video erwähnt gehabt. Dann gibt es noch eine zweite Quest, wo ihr diese Agonit-Sachen besorgen müsst. Und zwar dieses marktlose Agonit. Bekommt ihr auch hier oben. Müsst ihr 50 Stück sammeln. Kriegt ihr aus Truhen raus. Kriegt ihr auch von diesen Bossen aus den Invasionsportalen. Beziehungsweise auch von normalen Rares. Also da gibt es viele Quellen. Wenn ihr eh die World Quest macht, kriegt ihr die nebenbei zusammen. Und die Woche habe ich die mit dem Main auch schon fertig gemacht. Die bringt ebenfalls 1000 Ruf. Das wurde auch erhöht. Und auch für beide Fraktionen ganz wichtig. So, dann sind wir jetzt mit den offensichtlicheren Sachen durch. Was ich dann noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, macht die Missionen. Und zwar gibt es hier diese Missionstokens. Natürlich auch von der Mäh des Lichts, beziehungsweise auch von allen anderen. Und es ist immer so, ihr bekommt bei den normalen Fraktionen zwei Token sicher, die ihr auch schon seht. Das können wir jetzt gleich mal unten beim Missionstisch machen. Und zwar, wenn ihr bis 100% habt, ihr quasi zwei Token von einer Fraktion, die ihr vorher seht. Das geben wir da mal hin. Hier zum Beispiel würde ich zwei Insignien der Rechter für A 250 Ruf bekommen. Also habe ich schon mal, wenn ich über 100% bin, saved 500 Ruf dafür. Und dann gibt es nochmal eine Extrakiste, die dann aber auch das Interessante ist. Und zwar bekommt ihr aus der Extrakiste ein Random-Token raus, das aber 1500 Ruf birgt. Heißt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das Token, das ihr braucht. Dann habt ihr durch eine Mission 2000 Ruf. Und das sind halt zwei Klicks. Und ihr braucht halt gut, ihr braucht ein bisschen Ordensressourcen. Aber das dürfte mal, glaube ich, der Meisten noch haben. Meistens kosten diese Ruf-Dinger 100 Ordensressourcen. Also das ist nicht so dramatisch. Heißt, da kann man relativ schnell was rausziehen. Oftmals sind von diesen Ruf-Missionen zwei, drei auf jeden Fall am Start. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe hier zwei am Laufen. Eins, zwei und dann habe ich jetzt hier nochmal mit dem Main eine drin. Manchmal sind mehr, manchmal sind weniger drin. Also da kann man es relativ schnell nebenbei basteln. Zudem kann ich euch noch zwei Tipps geben. Und zwar der Dunkelmondjahr-Markt startet wieder am Sonntag. Da gibt es einen Ruf-Buff, der euer Ruf-Gain quasi um 10% erhöht. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und zusätzlich, was ich auch noch erwähnen sollte, gibt es auch noch ein Event. Nicht die Rauferei, sondern ein Bonus-Event. World Quest heißt das Ganze. Und da bekommt ihr nochmal, waren es 50% für die World Quest? Ich glaube, es waren 50% mehr Ruf von den World Quests. Also das rentiert sich. Wenn ihr euch den Buff holt, den Buff und dann ab Mittwoch gut loslegt, bekommt ihr relativ viel Ruf. Was natürlich dann nicht unerwähnt bleiben sollte, sind natürlich die Emissary-Bags. Und zwar sind das diese hier, die ihr hier unten seht. Wenn ihr vier World Quests, zum Beispiel hier haben wir vier World Quests im Hochberg, abschließt, bekommt ihr dann nochmal 1500 Ruf. Natürlich mit der Geschichte aus dem Dunkelmond-Jahrmarkt mit einer 150er-Erhöhung bekommt ihr dann nochmal ein bisschen mehr. Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, das Valentins-Event ist auch noch, da habe ich noch ehrlich gesagt gar nicht geguckt, ob es dann auch nochmal irgendeine Ruferhöhung gibt. Oftmals ist es bei den Events so, da müsste ich dann nochmal extra gucken. Könnt ihr mir aber gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon was gesehen habt. Ja, das waren so die Punkte, wo ihr euren Ruf erhöhen könnt. Natürlich funktioniert das bei den anderen Fraktionen jetzt auch. Wenn ihr sagt, ich mag die Hochbergtaurin spielen, müsst ihr natürlich selbiges für die Hochbergtaurin machen. Beziehungsweise dann hier in Soroma für die Elfen hier aus Soroma. Da habt ihr natürlich dann so ein bisschen den Nachteil, weil ihr halt nicht diese Weekly-Quest habt, die ihr hier auf Argus bekommt. Jedoch ist es natürlich so, dass die World Quests hier teilweise ein bisschen mehr bringen. Also hier gibt es dann auch Elite-Worldquests, die dann 250 bringen. Und da geht natürlich dann schon ein wenig mehr mit dem Ruf, vor allem wenn jetzt dann der Bonus noch kommt mit den erhöhten World Quests. Ja, das war es soweit mit dem Ruf. Sollte ich irgendwas vergessen haben, könnt ihr mir das gerne noch in den Kommentaren ergänzen. Sonst möchte ich das Video hier beenden, sollte eigentlich nur ein kurzer Überblick werden. Aber ihr kennt mich ja, wird manchmal immer ein bisschen länger. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Hoffe, wir können bald zusammen mal so ein bisschen die Verbündeten Völker spielen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Tela, bis dahin, ciao!